Wenn ich das Haus verlasse, winkt mein Vater mir nach. Wenn ich zurückkomme, steht er bereits in der Tür. Was machst du denn schon wieder hier? fragt er kopfschüttelnd. Hast du was vergessen? Nein, antworte ich lachend. Alles gesehen. Erleichtert schließt er hinter mir die Tür. 5. Schleifte. 5. Schleifte. 6. Schleifte. 7. Schleifte.